Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von The Lion's Song. Okay, ähm, sehen Sie nicht? Mathematiker. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. E. Michelle. Rauch. Schön, Sie kennenzulernen, Herr Rauch. Ich bin auf der Suche nach Hilfe für meine neue Theorie. Was ist Ihr Spezialgebiet? Komplexe Analyses. Zahlentheorie. Eine prima Kombination. Eine prima Kombination. Ihr Spezialgebiet. Prima. Nein. Hm. Ich bin auf der Suche nach Hilfe für meine neue Theorie. Thema. Funktionen der Veränderung in Bezug auf Zustände über Zeit. Hm. Nicht mein Gebiet. Auf Wiedersehen. Sie streiten. Ich will Sie nicht stören. Blödsinn. Oh. Guten Tag. Shell mein Name. Und Sie sind? Grüße, Herr Shell. Stefan Nenner. Sie kommen von der Universität Berlin. So ist es. Sind Sie dort auch Vortragende? Ich bin Professor für Mathematik hier an der Universität. Ich freue mich schon auf einen Erfahrungsaustausch. Ähm, gerne. Ja. Ich brauche Hilfe bei einer... Was lernen Sie genau? Äh, diskrete Mathematik. Ich habe vor ein paar Wochen eine kurze Einheit über ein hochinteressantes Phänomen, einen Prozess namens Markovettkette, gegeben. Ich versuche, meine Studenten auf dem Laufenden zu halten, ihren Horizont zu erweitern. Ähm, was ist eine Markovettkette? Ähm, gut, dass Sie fragen. Niemand hier scheint mehr daran interessiert. Neue Theorie zu diskutieren. Markov selbst beschrieb die sogenannte Markovettkette als Übergangsprozess von einem Zustand in den nächsten, wobei die Wahrscheinlichkeit des Zustandseintritts vom vorangegangenen Zustand abhängt. Hm. Stellen Sie sich einen Betrunkenen vor, der einer nummerisierten Linie folgt. Mit jeder wackeligen Schritt bewegt er sich entweder eins nach vorne oder eins zurück. Also, der nächste Schritt oder Zustand hängt von seinen derzeitigen Positionen ab. Und nicht davon, wie oder wo er darauf getorkelt war. Genau. Überaus interessant. Ich hätte da eine Frage zu den anderen Mitgliedern. Was wollen Sie denn wissen? Ähm, wer ist der Schläfer da in der Ecke? Erich, der Doktor in unserem kleinen Kreis. Wieso schläft er? Erst war er kaum merkbar. Er nickte einfach einmal ein, ohne dass es jemand merkte. Mittlerweile scheint er so hier wohl zu fühlen, dass er hier jeden Nachmittag schläft. Er ist schon so lange hier. Es kümmert uns schon gar nicht mehr. Die zwei Streithähne. Nick und Wurm. Wie bitte? Das sind die beiden. Der linke Lange, da ist Nick Kick, ein Gastprofessor aus Belgrad. Die scheinen sich nicht besonders zu mögen. Keine Sorge, die streiten nur viel. Worüber? Mathematik natürlich. Rauch scheint mir recht einsilbig. Ist er nicht immer. Er ist sogar äußerst brillant. Brillant, aber furchtbarer Lehrer. Aber das haben sie nicht von mir. Wissen Sie was über Zeller? Was wollen Sie über ihn wissen? Ist er der Gründer des Radios? Ja. Er, Elrich und Rauch sind die Gründungsmitglieder. Wie kam es zur Gründung? Nun, soweit ich weiß, suchte Zeller nach ebenbürtigen Geistern. Elit Mathematiker, die besetzten, äh, Elite Mathematiker, die Besten der Besten. Er wollte sich zu mathematischen Ideen und Themen austauschen. Die Ideen kamen ihm wohl, als er von der Gesellschaft in London hörte. Wien brauchte sowas natürlich auch. Die Kaiser fand daran Interesse und er begann den Radios zu finanzieren. Unter der Bedingung regelmäßig mathematische Fortschritte. Elrich, Rauch und andere waren schnell Mitglieder geworden. Und mit der Zeit kamen Wurm, Nick und schließlich ich dazu. Ich brauche Hilfe bei meiner Theorie. Worüber arbeiten Sie? Funktionen der Veränderung. Ich beschäftige mich mit im Veränderung befindlichen Zuständen in solchen Funktionen. Faszinierend. Aber ich wäre Ihnen wohl kaum eine Hilfe. Meine Fokus liegt in der diskreten Mathematik. Nicht bewegliche Teile, äh, Konstant, äh, Systeme. Vielleicht kann Ihnen eines der anderen Mitglieder helfen. Aber diese Makuvekette, von der Sie gerade erzählten, das ist doch genau das, ein Prozess der Veränderung. Nur bloß, weil mein Fachbereich diskret Mathematik ist, heißt es nicht, dass ich mich nicht an jeglichen mathematischen Gedanken versuche. Mit variablen Geraden des Erfolgs. Hahaha. Äh, bis später. Bis dann, Shell. Ha, ich hab was gefunden. Ah, Shell. Ähm, was ist Ihr Spezialgebiet? Sagen's. Kennst vielleicht, äh, Vortragende der Universität Berlin? Sind's mit Ihnen in Kontakt? Ähm, mit manchen. Ich bin immer so beschäftigt mit, äh, aber mit, was? Kennst einen Robert Koch? Ich frag nur, weil. Ach, unten wichtig. Na, kennst ihn? Tut mir leid, nein. Oh, schade. Robert Koch. Ich sollte den Namen einmal nachschlagen, wenn ich die Zeit hab. Vielleicht wird es noch wichtig, um meine Liste aufrecht, äh, Liste aufrecht zu erhalten. Robert Koch. Hahaha. Okay. Ähm. Ich würde gerne über meine Theorie sprechen. Lehren Sie an der Universität, wo... Ich hab selbst an der Berliner Universität studiert. Unter dem großartigen Karl Wernstrass. Höchstpersönlich. Ein hochbegabter Mann. Und ich natürlich. Sein bester Student. Da waren auch noch andere. Uff, diese Russien. Welche Russ... Sie dürften nicht einmal Gasthörerin sein. Sie dürften nicht einmal Gasthörerin sein. Ach, genug davon. Sie kennen, äh, Weyerstraß bestimmt. Nennst ihn doch, äh, nimmer Vater der modernen Analyses. Weyerstraß? Ich sollte mehr über meine Kollegen in Berlin... Berlin Erfahrungen bringen. Ja, aber... Sie sehen, ich bin äußerst vorsichtig bei der Wahl der Mitglieder des Radios. Ich würde gerne über meine Theorie sprechen. Ich... Sie sind also Professor an der Universität Berlin? Nun, ich... Natürlich sind Sie das. Aber wohl neu dazugekommen. Also eigentlich... Oder eine Aushilfe? Herr Zähler. Hach. Was, was ist los? Ich würde mich gerne mit Ihnen über meine Theorie unterhalten. Na gut. Lass uns hören. Funktion der Veränderung mit Bezug auf Zustände über Zeit. Ähm, interessant. Klingt wie die Theorie, an der ich arbeite. Wie dem auch sei. Ich kann mich nicht mit ihren... Ihnen Ablenkungen beschäftigen. Ich muss mich um meine eigene Theorie kümmern. Aber bitte fragen sich die anderen Mitglieder. Die Herausforderung wird Ihnen guttun. Ja, das habe ich doch gerade eben schon. Ja, ja. Bis später. Bis dann, Schau. Gucken wir mal, ob wir den aufwecken können. Ne, sieht nicht gut aus. Auf Wiedersehen. Okay. Well. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Um Himmels Willen. Oh, warte. Eine Eingebung. Was? Ähm, nein. Nichts. Gar nichts. Oh. Äh, schade. Die Umrisse eines Hinterteils. Recht eindrucksvoll. Shell, was finden Sie so interessant? Oh, mein Sessel. Auch nichts. Sie müssen... Das ergibt keinen Sinn. Kann ich jetzt mit denen reden? Sie streiten immer noch. Okay. Kann ich vielleicht irgendwas an Bildern mit... Ne? Hm. Hm. Kann ich vielleicht nochmal mit der Tafel interagieren? Nee. Okay. Hm. Ja, gut. Also, ich glaube, ich kann hier nichts mehr machen. Ah. Ich erhoffte mir Unter... Aber diese Mathematiker... Mathematiker, ich bin mir nicht einmal sicher, ob sie mir helfen können. Und was soll ich dann tun? Hoffentlich zählt sich mein Charada aus. Ah. Schwierig. 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 Ähm. Ich nehme an, ihr Aufenthalt im Radius war genehm. Hätte ich mich nicht erinnert, wie man sich einst mir gegenüber verhielt, hätte ich es jetzt nicht imitieren können. Veränderung passiert über Zeit. Ich verstehe leider nichts von Mathematik. Sie haben recht. Es ist Mathematik. Äh, wie heißen Sie? Maximilian, mein Herr. Maximilian. Ja, natürlich. Maximilian, Sie sind ein Genie. Wenn nur meine Eltern das auch so gesehen hätten. Hohohohoho. Okay. Ich spiele es gemein zu sich selbst. So, ich muss raus aus diesem unbequemen Aufzug. Schnell jetzt. Ich muss es aufschreiben. Ähm. Ähm. Noch vor ein paar Tagen hatte ich nicht gewusst, was die Damen im Kaffeehaus von mir wollten. Aber durch die Erinnerung an den Herrn, der mir unlängst die Tür aufhielt, veränderte sich mein Verhalten. Und diese Veränderung passierte in Bezug auf... Und diese Veränderung passierte in Bezug auf... Ähm. Ähm. Ich weiß nicht, was die Buchstaben heißen. Ich drücke einfach Distanz. Nein, das ist es nicht. Ich denke nach, Emma. Die Veränderung passierte in Bezug auf... Ähm. Keine Ahnung. Auf Zeit. Jede Veränderung passiert über Zeit. Das ist es. Natürlich. Das ist es. Ähm. Emma? Störe ich gerade? Nein, nein. Heute schaust du viel glücklicher aus. Heute bin ich glücklicher, Nicole. Wie geht's dir? Wie immer. Mir geht's immer gleich. Sind deine Eltern wieder... Verdammt. Nein, jetzt gerade sind's in Schweden. Nicole! Zeit für deinen Geschichtsunterricht. Geschichte. Ich hasse Geschichte. Die ändert sich nie. Okay. 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 Tage später. Okay. Hm. Wo gehen wir hin? Wir können arbeiten gehen. Veränderungen passieren also immer über Zeit. Also gut, Emma. Konzentrier dich. Jede Veränderung passiert über Zeit. Um also einen Zustand in dieser Veränderung zu erhalten, muss ich wissen, warum sie passiert. Muss ich wissen, wie sie sich verändert. Muss ich sie verlangsamen? Muss ich wissen, warum sie passiert oder nicht? Hm. Wenn ich das so versuche. Nein, zu allgemein. Versuche was anderes. Um einen Zustand in einer Veränderung zu erhalten. Haben sie Freud, der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten? Natürlich. Sollten sie es in der Psychologieabteilung finden können. Und wie steht es mit, ähm, ach ja, drei Abhandlungen zur Sexualtheorie? Das, da, dafür gibt es eine Warteliste. Wie ist denn ihr Name? Mein Name? Äh. Äh. Ist schon gut. Ich sollte es anders versuchen. Um einen Zustand in einer Veränderung zu erhalten. Muss ich sie verändern? Äh. Wie sie sich verändert. Keine Ahnung. Ein guter Gedanke. Aber es fehlt noch irgendwas. Sowas anderes. Um einen Zustand in einer Veränderung zu erhalten. Wie geht's Ihnen heute, Frau? Äh. Kaum zu glauben. Herr Wittgenstein. Ich hab das von ihrem Vater gehört. Mein aufrichtiger Beileid. Ähm. Danke. Sie sind zurück aus Manchester? Nur für ein paar Tage. Ich wollte Russells Prinzipia Mathematica und Frege's Grundgesetz der Arithematik zurückbringen. Waren's Ihnen behilflich? Ich hab nur das von Frege gelesen. Erst hab ich mir gedacht, die zwei Bücher stehen in Konflikt zueinander. Im England hab ich's immer und immer wieder gelesen. Ich hatte so schon beinahe aufgegeben. Doch wie ich über den Kanal fahre und beide Bücher gleisen hab, hab ich angefangen, die Gemeinsamkeit zu sehen. Wenn ich doch nur die richtigen Worte finden könnte, um Ihnen zu beschreiben, wie sich das angefühlt hat. Wenn's nicht wissen, wie Sie darüber sprechen sollen. Ähm. Ach. Schon gut. Machen's sich um mich keine Sorgen. Gut, gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Wittgenstein. Sein Denken hat sich durch seine Beobachtung verändert. Erst war er zu nah dran. Aber später hat er seine Perspektive geändert. Wann konnte Wittgenstein die Gemeinsamkeit sehen? Als er noch in Manchester war, äh, auf der Fähre über den Kanal. Als er wieder zurück in Wien war, auf der Fähre. Das war's. Seine Wahrnehmung hat sich während der paar Stunden zwischen Dovor und Cahils geändert. Eine Veränderung kann nur in einer bestimmten Zeitraum beobachtet werden. Ich muss nach Hause. Äh, Lokius Oberwandig. Äh, um das aufzuschreiben. Ich werde sie schnell wegräumen. Eine halbe Stunde später. Ich bezweifle, dass er irgendwas davon versteht. Gut, dann gehen wir zurück nach Hause. Entschuldigen Sie bitte. Ich suche nach der Adresse Salvatore Gasse 21. Dame! Äh, bin ich richtig? Ja, das sind sie. Das ist das Haus gleich hier. Kennst du, wen der da wohnt? Ja, meine Nichte Nicole. Ich habe sie schon ein paar Mal besucht, aber ich verirre mich immer in der Stadt. Ah, ich kenne sie. Sie ist meine Nachbarin von... Äh, von über mir. Erzählen Sie, wie geht's ihr? Ist sie glücklich? Ehrlich gesagt, nein. Sie sind ihr Onkel? Ehrlich gesagt, nein. Meine Schwester und ihr Mann, sie reisen. Gümmern Sie sich um meine Nicole? Ich habe ihre Eltern noch nie gesehen. Sie ist viel allein. Ihr Gouvernant schreit sie zusammen wie ein Feldwebel in der Armee. Oh Gott. Das kann ich mir der Nicole nicht zumuten. Nicole versteckt sich dann immer vor ihr. Um ehrlich zu sein, das Geschrei stört mich wohl mehr als sie. Das ist meine Nicole. Sie ist viel zäher, als ihre Eltern glauben. Danke für ihre Freundlichkeit. Natürlich gehen wir. Jawohl. Draußen. Die Welt ist Mathematik. Welche Überraschungen werden mich heute erwarten? Hm. Wittgestein überlegene Änder... Änder... Überlegungen änderten sich. Äh... Was? Was ist das? Er beobachtet die Veränderung in einer... Gegebenen Zeit... In einem gegebenen Zeitraum. Eine Veränderung kann nur in einem gegebenen Zeitraum beobachtet werden. Natürlich. Ich kann das fallende Blatt nur sehen, während es fällt. Zeit, den Radius zu beeindrucken. Druckdrucken. Ich glaube, zwar die klauen ihre... Sachen, aber... Let's see. Ich würde sagen, wie es weitergeht. Seht ihr im nächsten Part. Bis dann. Und... Tschüssi. 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 Vielen Dank.